Moin Freunde, was geht ab? Willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es die Top News des Tages. Deliktwechsel passt fix. Also, Delikt wechselt sehr sehr wahrscheinlich zu 95% zu Bayern. Bis zu 80 Millionen Euro Ablöse soll Matthias Delikt kosten. Der FC Bayern gibt Vollgas im Werben um Matthias Delikt. Während Sportvorstand Hasan Saliamicic Anfang der Woche persönlich in Turin war, um das erste Angebot der Münchner abzugeben, nähern sich die beiden Top-Clubs im Ablöse-Poker immer näher an. Aktuell Medienberichten zufolge sind die Bayern bereit, bis zu 80 Millionen Euro für die Niederländer zu zahlen. Während es in den vergangenen Tagen relativ ruhig war im Transfer-Poker Matthias Delikt, nimmt dieser nun wieder Fahrt auf. Wie mehrere italienische Medien am Sonntagabend berichten, haben Bayern und Juve die Verhandlungen wieder aufgenommen. Dies soll vor allem daran liegen, dass die Münchner ein neues Angebot abgegeben haben. Wie der Sky-Transfer-Insider Florian Plettenberg berichtete, bieten die Bayern eine fixe Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro. Durch Bonuszahlen kann diese auf 80 Millionen Euro ansteigen. Damit würde der niederländische Nationalspieler zu einem der teuersten Spieler in der Vereinsgeschichte der FC Bayern werden. Laut Plettenberg rückt eine Einigung zwischen den beiden Vereinen immer näher. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis Matthias Delikt beim FC Bayern auflaufen wird, bzw. beim FC Bayern vorgestellt wird. Was haltet ihr von dem Transfer? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich finde es, ich habe halt Delikt jetzt nicht so verfolgt die letzten Jahre, deshalb weiß ich nicht ganz. Ich muss mir vielleicht mal noch ein paar Videos zu angucken. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Ding in die Kommentare schreiben. Und damit bin ich raus, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.